Die Rente mit 63 ist abgeschafft. Gibt es sie wirklich nicht mehr? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 21. Januar 2024 eine Mailanfrage auf Rentenbescheid24.de erhalten. Sinngemäß ging es darum, dass ein ganz besorgter Anfragender mir die Frage gestellt hat, ob denn die Rente mit 63 wirklich abgeschafft worden ist. Er habe da etwas gelesen und zwar in einem Beitrag der Rheinischen Post vom Tag zuvor vom 20.01.2024. Dort habe Hubertus Heil, der Bundesminister für Arbeiten Soziales, gesagt, die Rente mit 63, die ist doch schon längst abgeschafft. Herr Knöppel, können Sie was dazu sagen? Ich möchte gerne mit 63 dieses Jahr in Rente gehen. Wenn ich auch Abschläge bekomme, kann das wirklich sein, dass die Rente mit 63 abgeschafft worden ist? Dann hat er uns auch noch den Link dazu geschickt und ich habe mir die ganze Geschichte mal angeguckt, was der Hubertus Heil da wohl gesagt haben soll oder gemeint haben soll. Also ich fange mal ganz kryptisch damit an. Eine Rente mit 63, die gab es noch nie. Als eigenständige Rentenart. Und was es nicht gegeben hat, kann ich auch nicht abschaffen. Also da mal bitte keine Sorgen machen. Dann habe ich mir natürlich diesen Beitrag von Hubertus Heil, SPD, Bundesminister für Arbeiten Soziales, durchgelesen. Und er hat im Zusammenhang mit der zügigen Einführung des Rentenpaketes 2, glaube ich, nochmal zu einem großen Rundumschlag gegen die Konservativen, vor allen Dingen der CDU, ausgeholt. Ich hätte es noch weiter gefasst und hätte gesagt, ich würde noch einen Rundumschlag gegenüber die neoliberalen Paladine des Großkapitals machen. Und die fordern ja permanent die Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 45 Jahren Wartezeit, Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die es in der Variante zum 1.7.2014 schon gibt. Und Hubertus Heil meinte in diesem Beitrag dazu, dass es mit ihm eine Rente mit 70 nicht geben wird. Und die Rente mit 63 sei doch sowieso schon abgeschafft. Die hat sich doch sowieso schon abgeschafft. Die gibt es doch schon gar nicht mehr. Was er damit meinte war, dass der Rentenzugang zur Altersrente für besonders langjährig Versicherte ab dem 1.7.2014 mit Vollendung des 63. Lebensjahres nur den Geburtsjahrgängen vor 1953 vorbehalten war. Und aktuell wir den Rentenzugang im Jahr 2024 für die Geburtsjahrgänge 1959 und 1960 mit 64 Jahren und 2 Kalendermonaten oder 64 Jahren und 4 Kalendermonaten haben. Das hat er damit gemeint. Das heißt also, umgangssprachlich wird ja diese Rentenart, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, als Rente mit 63 bezeichnet, was natürlich völliger Unfug ist. Im Rentenrecht kennen wir keine eigenständige Rentenart mit 63. Was auch nicht abgeschafft worden ist, bitte keine Sorge haben, ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die, wo Sie schon mit Vollendung des 63. Lebensjahres und 35 Jahren Wartezeit in Rente gehen können. Diese Rentenart existiert weiterhin. Sie wurde nicht abgeschafft. Hubertus Heil hat sich hier nur ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Leider eben auch immer wieder, auch als Bundesminister für Arbeit und Soziales, doch sehr ungenau. Und deshalb bitte haben Sie keine Sorge. Die Rente für besonders langjährig Versicherte, Altersrente für besonders langjährig Versicherte und die Altersrente für langjährig Versicherte sind nicht abgeschafft. Sie können weiter, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, in diese beiden Renten gehen. Die erste Rente ist ohne Abschlag. Die zweite Rente ist meistens, wenn sie als vorgezogene Altersrente vor dem entsprechenden Regelbeginn in Anspruch genommen wird, dann mit Abschlägen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich werde immer wieder solche Fragen auch noch für die Zukunft beantworten im Einzelfall. Aber machen Sie sich bitte aktuell keine Sorgen. Der aktuelle Gesetzgeber wird die Altersrente für langjährig Versicherte, so die allgemeine Auffassung und auch Hinweise von der Bundesregierung, nicht abschaffen. Eine eigenständige Rentenart, Rente mit 63, gab es noch nie in Deutschland. Und deshalb kann man eine solche Rentenart auch nicht abschaffen. Was es nicht gab, kann man nicht abschaffen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.